Vor einigen Jahrzehnten warf Gott Satan aus dem Himmel herab und sperrte ihn auf der Erde ein. Erfahren Sie, warum Satan und Millionen von Dämonen vertrieben wurden und wie Sie sie besiegen können. Jetzt in der Schlüssel Davids mit Gerald Flurry. Ich begrüße Sie. In den letzten 10 oder 15 Jahren haben wir erschreckende Veränderungen in Amerika und in dieser Welt erlebt. Und wenn Sie sich umschauen, kann fast niemand erklären, was passiert. Und wirklich niemand kann erklären, warum es passiert. Aber wenn Sie Ihre Bibel kennen und Gott kennen und verstehen, können Sie genau wissen, was passiert und was die Lösung für diese schrecklichen Probleme ist. Nur Ihre Bibel wird Ihnen dieses Geheimnis offenbaren. Nun, lassen Sie mich Ihnen schnell einen Vers vorlesen. Ein Vers in Offenbarung Kapitel 12 und Vers 12. Dies gibt Ihnen einen zeitlichen Rahmen für all das. Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen, wehe aber der Erd und dem Meer. Denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Er weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. Das ist die beste Nachricht, die Sie je hören könnten. Denn er spricht von der Wiederkunft Jesu Christi. Er weiß, dass es für ihn bald vorbei ist. Aber es wird noch viel Leid geben. Und wir könnten es wirklich vermeiden, wenn wir auf Gott und seine Warnung hier in Offenbarung 12 und Vers 12 reagieren würden. Der Gott dieser Welt ist dabei, abgelöst zu werden. Deshalb zeige ich Ihnen heute, wie der Satan auf die Erde geworfen wurde. Und ich zeige Ihnen den Tag, an dem das geschah. Und ich denke, Sie werden sehen, dass das eine sehr spannende und wunderbare Wahrheit ist. Millionen von Dämonen, Millionen von ihnen wurden auf diese Erde geworfen und sind nun auf ihr gefangen. Das ist der Schocker. Das ist es, was uns wirklich am meisten beunruhigt, wenn wir das verstehen. Aber es gibt wirklich eine extrem gute Nachricht. Das müssen wir uns vor Augen halten. Satan hat nur eine kurze Zeit. Und das macht ihn zorniger als je zuvor. Er weiß, dass er bald von seinem Thron gestoßen wird und für immer im äußeren Abgrund sein wird. Und Jesus Christus wird den Thron dieser Erde übernehmen und sie für immer regieren. Ebenso wie das Universum. Nun beachten Sie diese Verse und wie technisch genau sie sind. Vers 7 von Offenbarung 12 Und es entbrannt ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und er siegte nicht. Und ihre Städte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Na, was sagt man dazu? Im Himmel wird es also besser, aber nicht auf der Erde. Mit anderen Worten, sie siegten nicht, also wurden sie auf diese Erde hinabgeworfen. Und dann Vers 9 Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel, Dämonen, sollte es heißen, wurden mit ihm dahin geworfen. Das ist wirklich erschütternd, wenn Sie darüber nachdenken. Was geht hier wirklich vor sich? Wenn man darüber nachdenkt. Der Gott dieser Welt wird auf die Erde hinabgeworfen und auf ihr gefangen gehalten. Und mit ihm alle Dämonen, Millionen und Abermillionen von ihnen sind auf der Erde gefangen. Glauben Sie, dass das einen Unterschied macht und dass das der Grund für all diese schrecklichen Gewalttaten ist? Ich würde sagen, ja. Ja, viele Millionen Dämonen. Und wenn sie das mit Satan und dem Teufel kombinieren, dann sehen sie, dass dieser Mächtige, der in der Luft herrscht, wirklich seine schmutzige Arbeit macht. Und die Menschen verstehen es nicht einmal. Die Menschen machen sich oft über die Tatsache lustig, dass wir überhaupt von einem Teufel sprechen. Aber Gott spricht in der ganzen Bibel von ihm. Und sie können sehen, was ich meine. Es ist nicht etwas Unsichtbares. Es ist eine Prophezeiung, die sich direkt vor unseren Augen erfüllt. Und das macht sie zu einem Zeugnis für uns alle. Und Gott wird uns für das, was wir wissen und nicht wissen und für unsere Einstellung zur Rechenschaft ziehen. Alles, was geschieht, ist wirklich schockierend. Lassen Sie mich Ihnen also noch einmal Vers 12 aus Offenbarung Kapitel 12 vorlesen. Wenn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und das ist wirklich eine spektakuläre Freude, die wir haben, wenn wir das verstehen. Und dann Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Nun, die Frau ist natürlich Gottes eigene Kirche. Die Frau ist ein Symbol für Kirchen, gute und schlechte. Diese Prophezeiung zeigt, dass sobald Satan auf die Erde geworfen war, es sein allererstes Ziel war, die Kirche anzugreifen. Dies tat er direkt. Was soll das bedeuten? Er hat es sofort getan. Er wurde gestürzt und griff die Kirche an, denn er wusste, wie verwundbar sie war. Ganz sicher wusste er das. Schließlich ist er der Gott dieser Welt. Vers 13 datiert diese Prophezeiung genau. Wir können auf eine bestimmte Zeit hinweisen, in der die wahre Kirche Gottes in dieser Endzeit vom Teufel gewaltsam angegriffen wurde. Lassen Sie mich Ihnen nun einen weiteren Absatz vorlesen. Dies führt direkt zu den Prophezeiungen in 2. Thessalonika 2 und Daniel 8. Satan und seinen Dämonen wurden zur gleichen Zeit auf die Erde geworfen, als auch der, der es jetzt noch auffällt, weggetan wurde. Ein Mann, der sie zurückhielt. Diese Synagoge des Satans in der Kirche. Er hielt sie aufgrund seiner Autorität zurück. Aber dann entfernte Gott ihn, nahm ihn aus dem Weg, er wollte seine eigene Kirche auf die Probe stellen, um zu sehen, was für einen Charakter sie wirklich hatte. Und sie trangen sofort in die Kirche ein und begannen, die Wahrheit zu verwerfen. Das taten sie sofort. Und alles begann am 16. Januar 1986, wenn man es sich geistlich betrachtet. Und wir sollten das auch so sehen, auch wenn man vieles davon physisch sehen kann. Wir haben hier also einen Anführer Gottes, der die Synagoge des Satans oder die bösen Taten einiger Leute in Gottes eigener Kirche auffielt. Aber Gott nahm ihn aus dem Weg. Er wollte sein eigenes Volk, seine eigene Kirche prüfen. Er sah, dass sich Probleme entwickelten. Und so kamen diese bösen Schergen auf die Erde und brachten das schlimmste Leid, das wir je gesehen haben. Und es wird immer schlimmer mit all den Atombomben und anderen Massenvernichtungswaffen. Es wird immer gefährlicher. Und all das kommt von diesem bösartigen Einfluss, dessen wir uns bewusst sein müssen. Aber es ist so. Das laudizeische Zeitalter begann am 16. Januar 1986. Diese laue laudizeische Kirche. Sehen Sie, sie hatten ein echtes Problem. Lauwarm. Nicht begeistert von Gottes Werk. Und Gott spuckt sie direkt aus seinem Mund aus. Sie können das in Offenbarung 3 nachlesen. Gott wusste also, dass dies das Ende des Zeitalters von Philadelphia war, das damals von Herbert W. Armstrong angeführt wurde. Er starb und sie können das alles sehen, physisch und geistlich. Satan führte die Kirche Gottes am 16. Januar an und er begann damit am 16. Januar. Als Herbert W. Armstrong starb. Er begann genau in diesem Moment, seine bösen Taten offen zu zeigen. Lassen Sie mich Ihnen noch einen weiteren Grund nennen, wenn Sie es sich geistlich betrachten. Zwei Tage später war der Sabbat. Und dieser Mann, der die Macht übernommen und einige sehr böse Dinge getan hatte, änderte in seiner Botschaft die eigentliche Mission der Kirche Gottes, nämlich das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Er hat das verändert. Und das war am Sabbat. Und er verendete das Herzstück von allem, was in der Kirche Gottes geschah. Und das hat er natürlich nicht erst an diesem Sabbat begonnen. Sie wissen, dass er schon am 16. Januar wusste, dass er das tun würde. Und sogar schon vorher. Wenn Sie sich dies geistlich betrachten, geht es den ganzen Weg zurück bis zum 16. Januar und gewisserweise auch physisch. Der 16. Januar war also der Tag, an dem der Satan auf die Erde geworfen wurde mit Millionen und Abermillionen von Dämonen. Und Satan hat nichts Gutes in sich, keine Wahrheit in sich. Er ist ein Lügner von Anfang an und ein Mörder. Und er führt all das an, was sie auf der Erde sehen. Und es wird noch schlimmer werden, wenn wir nicht auf Gottes Wahnbotschaft hören. Gottes Wahnbotschaft dreht sich um Offenbarung 12 und Vers 12. Satan hat nichts Gutes in sich. Geistlich wurde Satan am 16. Januar gestürzt, genau zu dem Zeitpunkt, als er Armstrong starb. Dieser Rebell war der falsche Führer, den er gewählt hatte. Aber, wie gesagt, die Menschen können sie täuschen, weil sie so trügerig sind. Aber sobald Herbert W. Armstrong starb, endete Satan den Auftrag des Werkes von diesem Zeitpunkt an, wenn sie es geistlich betrachten. Es geschah nicht einfach zwei Tage später. Er hatte es schon vor dem Tod von den Armstrongen im Sinn. Aber er konnte es nicht öffentlich machen, sonst wäre es eher gefeuert worden. Und natürlich wollte er die Führung übernehmen. Das war sein Plan. Es zeigt uns jedoch, dass Satan genau an dem Tag, an dem Herr Armstrong starb, gestürzt wurde. Und das ist eine satanische Veränderung. Eine satanische Veränderung dieser Welt. Sie können sich gar nicht vorstellen, was sie mit dieser Welt anstellen können. Satan hat eine ungeheure Macht. Und all diese Dämonen haben mehr Macht als wir Menschen. Und wir haben keine Chance gegen sie. Es sei denn, Gott greift für uns ein. Und er hat keine Probleme, sie loszuwerden. Diesen Krieg im Himmel haben sie verloren. Und sie verlieren all ihre Kriege gegen Gott. Sogar in seiner Kirche. Wenn wir Gott und seiner Wahrheit treu bleiben. Hier sehen wir also, was geschah, als Herr Armstrong entfernt wurde. Nun, wenn sie sich Offenbarung 3 und Vers 9 ansehen, sagt Gott, dass es eine Synagoge des Satans gibt. Eine Synagoge des Satans in Gottes eigener Kirche. Aber sie tat alles im Geheimen. Sie blieb dort, und die meisten Menschen wussten es nicht. Sie war da, und es wurde das Laodizeer Zeitalter, sobald Herr Armstrong starb. Diese Leute übernahmen die Kontrolle über die Kirche Gottes. Und Gott hat einen Weg damit, umzugehen. Der 18. Januar war der Sabbat. Donnerstag, Freitag, und dann kam der Sabbat. Und das war nur zwei Tage nach dem Tod von Herrn Armstrong. Nur ein paar Tage später. Und dann wurde der Auftrag, an den Apostel Gottes, Herrn Armstrong, von Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium in der ganzen Welt zu verbreiten, auf Matthäus 28, Vers 18 bis 20 geändert, wenn sie das nachschlagen wollen. Aber das alles wird in dem Buch meines Sohnes die Trümmer wieder aufrichten erklärt. Dort wird das alles sehr deutlich gemacht. Schauen wir uns nun 2. Thessaloniker 2, und die Verse 1 bis 4 an. Was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir euch, es geht um die Wiederkunft, eine gute Nachricht, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollten und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch von niemandem verführen, keinerlei Weise. Das ist das zweite Kommen Christi. Denn zuvor muss der Abfall kommen. Dies ist ein Zeichen. Dieser Abfall ist ein Zeichen dafür, dass die Wiederkunft Christi sehr bald bevorsteht. Das ist es, was es hier sagt. Und der Mensch des Frevels offenbart werde, der Sohn des Verderbens. Das ist ein fieser Kerl, jemand, der dem Volk Gottes großen Schaden zufügt und die Kirche Gottes von Gott abwendet. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Jetzt tut er es so, als ob er Gott wäre. Sie können weiter unten in Versen 10 bis 15 sehen, dass Gott sagt, wenn sie sich nur an diese Anweisungen halten, es heißt zwar Tradition, aber Anweisungen wäre besser, wenn sie sich nur an diese Anweisungen halten, werden sie keinen Ärger mit Sadam dem Teufel haben. Aber wenn sie davon ablassen, Gott verlassen, dann werden sie sicherlich Ärger bekommen. Ernsten Ärger. Dieser Mann der Sünde. Die Elberfelder Bibel übersetzt Vers 3 so. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Dies ist ein gesetzloser Mensch. Sehen Sie, das ist ein Beispiel, das alle Prediger sehen können. Und es ist ein Zeichen dafür, dass die Wiederkunft Christi bald sein wird. Es ist auch ein Zeugnis für die ganze Welt, dass sie dies sehen können und erkennen, was Gott im Begriff ist zu tun und dass die große Trübsal und der Tag des Herrn am Horizont zu sehen sind. Eine Übersetzung und mehrere Kommentare bezeichnen dies sogar als einen großen Abfall. 95% des Volkes Gottes fielen einfach von ihm ab. Als Herbert Armstrong starb, das war der Anfang. Und das ist eine traurige Zeit in dieser Kirche. 95% des Volkes Gottes fallen ab. Die große Revolte. So wird sie oft genannt. Und er wird der Sohn des Verderbens genannt. Das ist die einzige Bezeichnung, die Judas Iskariot hatte. Und jetzt gibt es einen weiteren Mann, der das gleiche Problem hat. Auch er ist der Sohn des Verderbens. Was bedeutet das? Nun, Judas Iskariot rebellierte und verriet Christus selbst, als er auf der Erde war, und übergab ihn den Behörden, damit er brutal geschlagen und gekreuzigt werden konnte. Dieser Mann begeht also Verrat auf der Ebene von Judas Iskariot. Er verrät Christus. Christus ist das Haupt der Kirche Gottes. Gott lässt es für eine Weile zu, aber nicht für lange. Aber es ist sicherlich ein ungeheuerlicher Verrat. Vers 5-7 Wie konnte es zu diesem Verrat kommen? Erinnert euch, Vers 5, erinnert euch nicht, dass ich euch dies gesagt habe, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihm noch auffällt? Griechisch Katecho, das heißt zurückhält. Dieser Mann, dieser Apostel Gottes, hält all das zurück, diese Synagoge des Satans, aufgrund seiner Autorität und der Regierung, die Gott ihm gegeben hat. Und weiter heißt es, dass der Mensch der Sünde offenbart wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam. Nur muss der, der es jetzt auffällt oder zurückhält, erst hinweggetan werden, bis dieser Führer, den Gott hat, aus dem Weg geräumt ist, damit Gott sein Volk prüfen kann, um zu sehen, wie sehr es seine Wahrheit liebt. Das ist etwas, das wir verstehen müssen. Wir müssen das wirklich verstehen. Sehen Sie, als er Armstrong starb, kam diese ganze Synagoge des Satans zum Vorschein und offenbarte offen alles, was sie dachten. Und sie folgten Satan, dem Teufel. Sie folgten nicht Gott. So schlimm war die Synagoge des Satans. Und dann Vers 9 von 2. Thessalonika 2 Der Freveler, der Sohn des Verderbens, aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft. Satan hat alle Macht, eine große Macht, mehr als die Menschen, und lügenhaften Zeichen und Wundern. Zeichen und lügenhafte Wunder. Ist das nicht erstaunlich? Jetzt ist er aus dem Weg geräumt und das alles ist passiert. Vers 8 Und dann wird der Freveler offenbart werden und ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes, mit seinem Wort. Und er wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Sehen Sie, dann geht es weiter in Vers 11 Und wir sehen, dass es die volle Wucht der bösen Teutung ist. Gott ließ es einfach geschehen, dass dieser böse Mann die Kirche Gottes unter seine Kontrolle brachte. Und Gott schickte Täuschungen. Er wollte wissen, ob sie die Wahrheit liebten und ob sie zu ihr stehen würden und sie nicht einfach begraben, in den Dreck in die Erde werfen würden. Aber sie taten genau das Gegenteil. Sehen Sie, Und in Vers 10 heißt es dann, Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Oder es sollte heißen, verloren gehen. Sie gehen geistlich verloren, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Wie sehr lieben wir die Wahrheit Gottes. Wie sehr werden wir für sie kämpfen. Sind wir sogar bereit, wenn nötig, dafür zu sterben. Viele Männer haben das in der Vergangenheit getan. Sehr viele sogar. Sehen Sie, aber heute gibt es nur eine kleine Herde. Und Gott sagt, wenn sie sich an diese Anweisungen halten, Vers 15, so sollte es lauten, wenn sie sich daran halten, können sie stark sein und sehr hart arbeiten, um an Gottes Wahrheit festzuhalten und sie niemals aufzugeben. Gott sagt, dass sie hart arbeiten müssen und sich ihre Krone von niemandem nehmen lassen dürfen. Wenn sie die Kraft Gottes nutzen, werden sie die Krone Gottes nicht verlieren. Aber ich möchte nur noch eine Sache erwähnen. In unserer Broschüre der 16. Januar, Gottes Tag der Wunde, und wir werden es Ihnen zusenden. Ich werde die Liste der bemerkenswerten Ereignisse an diesem Tag ergänzen, und wir werden diesen 16. Januar hinzufügen, an dem Satan auf die Erde geworfen wurde. Und das war am selben Tag, an dem Herbert W. Armstrong starb. Also ließ Gott die Täuschung zu und wollte wissen, ob sein eigenes Volk die Kraft hatte, aufzustehen und die Wahrheit Gottes wirklich zu lieben. Wir sollten sie mehr lieben als unser Leben, bei Weitem. Denn Gott, in seiner Bibel, das ist die Wahrheit und die einzige Wahrheit, die es gibt. Johannes spricht darüber. Bis nächste Woche. Sie hörten Gerald Flury. Auf Wiedersehen, Freunde. 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 Vielen Dank.